Auf meines Kanals und wir sind hier in Wiesbaden und ich zeige euch mal, wir gehen gleich zum Casinos und dann auch zum Restaurant. Hier die Aussicht und ja, ich glaube wir sehen uns noch einen kleinen Tag nochmal draußen. Oh, da außen angekommen. Oh, sieht's aus. So, wir sind hier in Wiesbaden, draußen in Wiesbaden, auf jeden Fall eine sehr schöne Stadt. Wir gehen jetzt erst mal zum Casino und dann sehen wir uns gleich auf dem Casino. So, wir sind hier in Wiesbaden. So, wir gehen doch nicht zum Casino. Ja, es regnet auch, wie ihr gerade seht. Es regnet halt gerade, wir gehen trotzdem nicht. Wir gehen dann gar nicht zum Casino, ich glaube wir gehen auch zum Restaurant. Da gehen wir glaube ich hin, aber egal. Ich glaube bis dann vielleicht, ne? So, wie ihr wisst, zum Casino gehen wir noch nicht. Also wir gehen jetzt erstmal meinen Onkel abholen und danach werden wir erstmal runtergehen. Dann fahren wir alle gemeinsam zum Restaurant mit meinem Onkel Theo. So, ich bin jetzt wieder hier zu Hause. Auf jeden Fall, ich konnte euch nicht im Restaurant filmen, weil dort war Kamerverbot. Also man konnte dann nicht halt filmen. Auf jeden Fall war ich die Kacke zum Casino und sind wir auch doch nicht gegangen, weil es ein bisschen weit weg ist und es regnet halt übel. Jetzt nicht mehr. Wir haben auf jeden Fall gerade eben schön gegessen. Ich habe mir Promis auch gegönnt und ja, es war auch wieder ein schönes Restaurant, da am Meer, äh am Fluss irgendwie. Und ich würde sagen, das ist hier ein schöner Vlogabschluss erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin auf jeden Fall jetzt wieder bei meiner Tante zu Hause und dann bis dann. Bye!